und Vanessa wird jetzt nicht am Spawnpunkt dich rumtreiben bitte, weil jetzt warte ich auf die neue an können dinge ich muss erst mal diese Wetter ausstellen wir wollen ja hier schön Sonne haben wenn die ankommt was ist das für Wetter hier und so ist auch viel schöner wenn jetzt ankommt war als Regen bekommt wie komme ich jetzt rein gleich geht gleich los geht gleich los bin ich auf der Whitelist noch seid ihr nicht drauf Gamespaß das sollte euch ja alle hier versammeln und dann mache ich euch auf die Whitelist auf der Whitelist sind bis jetzt nur 10 Leute die gestern drauf waren genau so jetzt mache ich die Whitelist aus dann kommt ihr erst mal alle rauf so jetzt ist der aktiviert meine Freunde und wie gesagt alle hier versammeln mit Slash, Warp und dann Farmwelt so ein nächster Moin eins vom alten Zerber habe ich auch schon nachgebaut hast du besser halt ja ich weiß einer ist nachgebaut vom alten Zerber ich weiß genau das stimmt so Ludo ist auch auch mit am Start sehr schön heute wirst du mal eingewiesen na alle hier stehen bleiben was ist die IP Ausrufezeichen Minecraft Simon alle herkommen hier und Naysom du bist schon drin wie ist du zahlst meine Miete aber Naysom du jetzt bitte nicht du bist doch schon aktiviert nur die neue Neuarkömmlinge dass ich hier gucken kann wer da ist verpiss dich bitte verpiss dich wird sich verpissen habe ich gesagt achso achso ähm Leute achso stoppt mal kurz ähm hört mal alle bitte zu Naysom, Beast ihr müsst alle erstmal ähm runter die alle schon geweihtestet sind weil es ist dann nur bis maximal zehn Spielern ähm aktiviert dass da Zerber nicht leckt alle die jetzt schon geweihtestet sind bitte einmal runter ich warte auch noch wir haben ein bisschen Zeit Leute bei Einführung ist ein bisschen Zeit mitgerechnet und alle anderen können dann später wieder rauf hm musst gern ähm Game neu starten werden immer gekickt ja ja ihr wartet ihr wurdet gekickt dann müsst ihr game neu starten na Lulu Master und und Nazo Perfekt ihr seid schon mal geweihtestet dann könnt ihr jetzt äh in den City Build kommt mal mit City Build ok dann machen wir mal hier jetzt ähm drei Leute hin weil ich möchte es ähm ich erkläre es euch auch ein bisschen für die die auf meinen alten Server drauf waren ne ähm dass man nicht alleine claimt kann weil wir hatten auf dem alten Server erst öfters dass Leute dann irgendwie 50 Kilometer beispielsweise geclaimed haben aus versehen oder keine Ahnung und ähm wenn man dann irgendwann 1000 Blöcke weiter einen Plot claimt dann habe ich ähm keine ähm 10 Minuten Backup weil ich mache ja auch ein Backup falls etwas passiert dann habe ich gleich mal eine Stunde Backup ist was ich meine ja darum mache ich das erstmal so später irgendwann kann man vielleicht auch wieder alleine claimen wenn das eh schon größer ist mal gucken aber anfangs möchte ich noch ein bisschen Übersicht haben wer alles äh drauf ist so dann ähm haben wir jetzt drauf ähm Lulu Master und dort naht so ähm ähm gibt es auch Leute die ähm nebeneinander wollen dann bitte schon vorher Bescheid sagen wenn ihr ja zu zweit seid weil zusammen claimen geht nicht aber ihr könnt mit jemanden miteinander sein so machen wir hier ähm da drauf ja ja danach geht dann wieder auf ok hier ähm 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 ja mein Freund will vielleicht drauf ok dann habe ich bei dir noch einen Platz frei müssen wir mal gucken denn ja hier kannst Du ähm ähm äh quesst eine Questa nehmen mit ähm Zombies ähm ähm äh auch muss es nu muss jetzt machen ähm äh oh es lief wozu kommt der Zombie ja hä hä äh oah testen keine ahnung dann muss man noch mal testen noch und wenn es ist das mal alles ein bisschen einfach einfach ganz noch mal erklären wenn die was denn wenn die was erklären so döner m und maß da haben wir heute weil wir sagen wenn ich offline bin ist immer weit ist an so auch drauf gesetzt haben wir wieder drei alter sah wie früher vor einem jahr wo es so ein sturm war aber wie gesagt es kommt immer darauf an wie heute bleibt deswegen es wird irgendwann wieder runter geschraubt auf maximal zehn bis zwölf spieler gleichzeitig müssen heute mal gucken ob das denn läuft nicht hauen das gegenteil das machen als ob du bauen möchtest nicht hauen sondern das andere gegenteil dann steht da ob du die quest an ihr möchtest dann musst du in den chat reinschreiben ja und dann wieder anklicken den npc sie ist perfekt dann wirst du auch gleich wie er die quest annimmt und jetzt kannst du hier start item abholen hast du schon gemacht erst mal hier die quest machen dass du auch weiß wie man die quest annimmt weil wenn ihr wenn ihr hier wisst wie das geht dann wisst ihr wie das bei allen npcs geht genau sehr schön super siehst du und am besten gleich in die ender schatz legen also in die ender ec rein legen dass es nicht verlierst habe ich das vermisst meine freude ich habe das so vermisst alles voll hier mit süchtigen leuten alle stehen jetzt hier an ja wir brauchen größeres casino meine freunde ich könnte ja die maschine hier zehnmal bauen aber ich finde es auch lustig wie sie alle da geil an einer maschine ich verstehe das nicht leute ihr seid wie die humpelmänner ey wie die humpelmänner musst du noch ein schild machen mit glücksspiel kann süchtig machen ja genau aber ich finde sowas cool in minecraft genau sowas so was finde ich geil hika wimi hika wimi hika wimi bleib hier wir warten auf den anderen wer der andere oben ist guck wo er bleibt da sehr schön ich hab zu bauen bei casino coins luca kannst du erst mal hier zu hören und nicht gleich bei casino sein bitte bist du reich eingewiesen bei mir hier ist dein plot mein freund okay ja schön ja so und ach so grund noch ein troll ach simon simon ich lass dich denn drin wenn wir einfach in die klasse rein am kriegst 30 minuten grund freiwillig bei soll ich da bitte schön so ok p trust die können zu gucken jetzt ganz schön und los oh er ist unten weil das unten ich sehe nix sie war das schon tot und der gewinner kann dann natürlich seine schaue behalten war es gehört auch zum gewinn dazu weil alle die abstürzen sind da dann tot weil die schraube ist da unten denn oh stefanski gewinnt sehr schön gg hier dein price mein freund komm her zehn dias und zehn eisen bekommst du noch obendrauf hast du eine schulker und deine schaufel dein andenken schaufel hast du noch sehr schön aber kriegst du schon hin ich warte ich warte alles gut falls ich jetzt bald einschlafen sollte in einer stunde dann musst du mich halt wecken wieder ach er ist aber schnell unterwegs ist aber schnell da du bist ja auch skinlos mein freund du brauchst auch bald mal einen skin impass ja ja wir haben jetzt ehrengast hier am start geht alle weg hier leute alle weg sonst kommt er in den knast rein wir haben auch einen coolen skin hier die beiden nicht hauen das gegenteil als wenn du den block platziert im bis rechtsklick also das gegenteil von von hauen genau das sehr schön so ich bin jetzt raus aber wirklich leute das sage ich jetzt schon seit einer stunde ich bin ja fast halb zehn ey ach es macht aber auch laune ey sonst habe ich ja ein bisschen gebraucht ein bisschen action hier ich bin ja willkommen